Hallo in die Runde. Letzter Kampftab-Lutdienst-Turnier. Vier schnelle Alphaben erlaubt. Das war schnell. Danke fürs Einschalten. Meine Verteidigung hat CC, E und jetzt ein B abgesahnt. Mal gucken, wie es weitergeht. Schöne Truppen. Boah, die Schuhe nicht gebraked? Das ist ein Fehler. Botanik? Okay. Auf jeden Fall breaken. Ja, wir kaufen uns auf keinen Fall ein und gucken mal, wie weit wir damit kommen. Bleibt genauso. Wir müssen hoffen, dass die Mitte so läuft, dass wir relativ schnell entzaubern können. Das heißt, wir brauchen Catmon. Da haben wir Catmon am Start. Das ist schon mal gut. Dann nehmen wir das raus. Und jetzt gibt das eine kleine Kombination. Minions. 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 Okay, Catmon kann es ab. Dann spielen wir jetzt erst mal da nicht mehr rein. Minions. 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 Das tut so weh, da immer rein spielen zu müssen. Oh, jetzt hat mir ein Gaps-Match versaut. Ah, okay, kommt durch. Minions. Wollen wir nicht, dass der nochmal auslöst. Weg mit dir. Okay. Okay. Die lösen alle aus. Dann können wir auch einmal komplett reingehen. Ich hätte mich auch gewundert, wenn sie das überlebt. Okay, Sonne darf ruhig gehen. Damit können wir leben. Nein. Okay, gut. Zumindest kein neuer Dorn-Minion gekommen. Wir brauchen einen Minion-Geber hier. Ich muss mich reinigen. Das heißt, ich habe zwei Druiden, zwei Minion-Beschwörer und einen, der Schaden macht. Und ich habe so gut wie keine Farben, die da richtig reinknallen. Und ich habe so gut wie keine Farben, die da richtig reinknallen. Der wird jetzt wehtun. Und wir haben kein Rot, was nachkommt. Das ist krass. Ich habe hier ohne Ende Farben, die ich nicht gebrauchen kann. Das löst aus, dann können wir da auch rein spielen. Und das wird nicht gut. Okay, haben wir nochmal gerettet. Habe ich gerade heuer die Waldfee gesagt? Oh mein Gott. Holla die Waldfee natürlich. Okay. Das ist heftig. Aber zumindest keine Druiden. Das wird aber wehtun. Hier richtig wehtun. Hier müssen wir jetzt komplett blau rein. Da hilft nix. Da müssen wir dreimal blau nehmen. Ich habe den falschen gemacht. Den wollte ich gerade gar nicht. Du musst raus. Wir wollen hier Schaden rein. Das Problem ist, wir werden damit gar nicht zum Zuge kommen. Steinhaut ist richtig gut in dem Zusammenhang. Jetzt müssen wir hier nur nochmal austauschen. Du gehst dahin, die Steinhaut geht dahin, wer hat mehr Lebensfunk 1396, 764, rechts hält schon ein bisschen mehr aus, ne? Kann klappen, kann auch komplett daneben gehen. Hängt vollends vom Board ab. Hängt vollends vom Board ab. Blau. Wenn er rechts rein haut, wäre das echt böse. Ich würde gerne die Chance haben. Wenigstens. Die Bombe wird ihn weg machen. Ich wollte eigentlich komplett grün auslösen und das kann ich jetzt machen. Jetzt löst er alles aus, dann können wir auch rein spielen. Neue Minions. Neue Minions. Der hätte ja auch mal blau kommen können. Ich bin gezwungen, wo reinzuspielen, wo ich gar nicht rein spielen möchte. Noch ist nichts verloren. Jetzt ist es aber ziemlich dicht am dran. Okay, das hat er überlebt. Wir brauchen Gelb. Führt keinen Weg dran vorbei. Da ist Gelb. Schieben wir Gelb zusammen. Er löst eh aus, dann kann auch das Board in die Luft jagen. Er kann nur einen treffen. Vielleicht reicht es aus, dass der andere dann nochmal mit Minions kontert. Grün, wir müssen uns reinigen. Du bist wieder der hier. Okay. Raus. 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 Carlo hält schon verdammt viel aus. 1, 2, 3, 4 Ich brauche was zum zuhauen. Das kann sehr, sehr böse werden. Ich spiele mal blau. Damit können wir erstmal leben. Das sieht doch schön aus. Die wollen wir weghaben. Naja, der löst nochmal aus. Aber die Bombe sollte dann zumindest sie killen. Okay, hat sie nicht. Okay. Und dann schaue ich mich an. Kannst du ausweichen? Bist du ein Schurke? Nein, bist du nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, das sieht doch gut aus. Das haben wir doch gewonnen. Links kann aus, äh, rechts kann ausweichen, deswegen spielen wir da erstmal nicht mehr rein. Okay, letztes Spiel. Ohne Einkaufen bis zum Ende der Woche gekommen. Das finde ich super. Ah, wir brauchen zweimal Rot, wir brauchen zweimal Rot. Gut. 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 Brothäus wäre gut. Aber da müsste ich Lila mitnehmen. Und ich habe außer Brothäus nichts, was ich in Lila stellen kann. Der ist noch nicht fertig. Da ist nichts, was gut oder bewappnet ist. Hoffen wir einfach, dass die Minion-Geber schön viel Minions bekommen. Und ich sehe, dass die. Vielen Dank. Es war logisch, dass es da drauf geht. Das müssen wir jetzt einmal überleben. Okay. 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 Die bin ich überhaupt nicht mit dem Spiel. Ich neige mich zu sehr oder zu schnell dem Ende. Das war's. Waren zu viele Farben drin. Okay. Okay. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht reicht und ich da direkt ghosten könnte. Oh, krass. Ja, das war es doch mal. Also, wir sind die Woche durchgekommen. Wir sind aktuell 1% und gar nicht mal schlechtes 1%. Allerdings haben viele noch nicht gespielt. Ich habe 2 Tage eine D-Verteidigung. Quatsch, einmal D, nein, einmal E, zweimal C und einmal B. Mal gucken, ob das am Ende reicht. Von 25 Spielen 22 gewonnen ohne Einkaufen. Ist sehr, sehr gut, wie ich finde. Glück mit den Boards gehabt, aber ich mag auch dieses Minion-starke Turnier. Ich wünsche euch viel Glück bei der Loot-Ausschüttung. Macht's gut. Tschüss. Ich wünsche euch das.